Whatever Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag Wir sind hier immer noch auf der Mission. Wir müssen immer noch den Prinzen finden und ähm Nein, ich bin nicht hier. Das ist eine Lüge Gut. Da oben ist also ein Schütze Dann holen wir uns doch jetzt nicht direkt, oder? So Wo haben wir denn den Mongo? Da hinten Da hinten ist der drinnen Sterbe ich, wenn ich hier runterspringe? Ich glaube nicht Nein Der landet in dem Heuhaufen Wunderbar Da ist Prinz Eliminieren Aber wir müssen uns das einfach, oder? Tot Wahrscheinlich ist du über mir wie eine lüsterne Krähe Willst du mich leiden sehen? Du hast selbst nicht so wenig Leid verursacht, Meister Prinz Vergeltung schätze ich Ihr törichtes Lumpenpack und eure prätentiöse Philosophie Ihr lebt in der Welt Aber ihr lenkt sie nicht Du missverstehst mein Motiv, alter Mann Ich bin nur auf das Geld aus So wie ich, Junge So wie ich Und tot Achtung, Kenway Ich hab deinen Mann Ich erkenne dich Der Templer aus Havanna Ich bin kein Templermann Das war nur Täuschung Wir sind hier, um dich aus der Sklaverei zu retten Mich retten? Ich arbeite für Mr. Prinz Dann ist er ein erbärmlicher Master Er hatte vor, dich an die Templer zu verkaufen Du dreckige Sau Oh oh Hau ab Oha Boah, jetzt aber rennen Jetzt aber rennen Hau ab Alter Schwede Wie viele das sind Oh 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 So langsam geht auch die Framerate in den Keller Alter Das ist doch nicht euer Ernst Hau ab Aua Das hat weh getan Komm schon, lauf Kenway, komm Komm on, Kenway Lauf Vor allem Kitsch steht da einfach Das sind verdammt viele gewesen Alter, übertreibt das Spiel direkt Komm, ich bin anonym Guckt weg Oh, der letzte auch noch Sehr schön Hast ihn wieder verloren, was? Ei Roberts ist ein Teufel Mit sehr fragwürdigen Umgangsformen Dann habe ich heute zwei Männer verloren Also Wie heißt du wirklich, Mädchen? Mary Reed Für meine Mom Und auch für meine Freunde Aber kein Wort zu irgendjemand Sonst entmanne ich dich auch noch Oh Nett Nett, die Kleine Auf Grubianer schießen Mit Berserkerfeilen Und mit Schlafffeilen Jemanden einschläfern Habe ich ja gemacht Einmal Jeweils Aber ich hätte es zweimal machen müssen Bei beiden So, dann gehen wir zurück Zu unserem Schiff La, 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 la Den Kurier fangen und blöden noch Nö Ah, guck mal da Das ist eine Assessinemission Die können wir gerade auch noch machen Komm Ich habe euren Mann Und ich weiß, wo seine Brüder sind Helft mir, sie zu retten Nein, komm Meine Schuld ist beglichen Die Belange von Sklaven gehen mich nichts an Ich bezweifle, dass ein Tempner dahinter steckt Die Assassinen gehen alle Belange der Freiheit an Wie ist euer Preis? Was? Männer ohne Prinzipien sind meist nur auf Geld aus Wie viel benötigt ihr? Ich suche einen Schlüssel Gehört zu einem Satz, den ich den Templern stelle Die Templer-Schlüssel? Ich dachte, die wurden zerstört Dann bin ich nicht der Einzige, der von ihnen weiß Wenn wir ihn finden Gehört er euch Abgemacht Holen wir eure Freunde Cool, ein Templer-Schlüssel Geil Lohnt sich ja jetzt schon Ihm zu helfen So, was gibt's Die Tränker und Huren, die ihr Freunde nennen Könnten jetzt helfen Achso Ja, Moment Los, anhören Kommt mit Holst ihr euch? So macht man das Seht ihr das nicht? Befreien da Los Hallo Los, binden Ach, hab ich schon Sehr gut Schnell, in mein Büro Lauf Wir machen das hier Boah, machst du so und dann ist vorbei Meine Fresse So, was jetzt? Wo jetzt sind? Da unten Befreien Alles klar Komm schon Gib mal ein bisschen Gas Gib mal ein bisschen Fersengeld Und hepp So, der ist tot Kommst du? Sehr gut Holen wir uns den letzten jetzt auch noch Dann haben wir ihm geholfen und kriegen den ersten Schlüssel Den zweiten Den ersten haben wir bei dem, bei dem Bei dem Typen da auf dem Schiff geholt Ich glaub das sind nämlich die für diesen komigen Diesen komigen Gittertür Machen wir dich auch kurz tot Komm, dann nervst du nicht Hier hoch Hier lang Das ist mir ja relativ Wurst Ja, wo sind die? Wo sind meine Leute? Holst sie euch? So, erstmal Schild durchbrechen und dann tot Du bist auch tot Wo ist der letzte? Da Befreien, komm Lauf Immer gerne Alles gut bei dir? Du siehst ziemlich angeschlagen aus Warnung, Sperrgebiet, ja Interessiert mich nicht Yay, wir haben unseren Schlüssel Wunderbar Wohin als nächstes? Das muss reichen für einen Na Oder findet ihr Geschmack daran? Das war's? Kein Templer? Was ist mit dem Schlüssel? Der Templer hat sich nicht gezeigt Ihr bekommt den Schlüssel nächstes Mal Nein, Anto Es gibt kein nächstes Mal Wenn ihr euer Gewissen entdeckt Oder zugebt Was sehr ihr den Schlüssel wollt Gibt es ein nächstes Mal Du Drecksau, Alter Ich will den Schlüssel jetzt haben Meine Güte Immer diese Leute, die uns hier verarschen wollen Hey, es gibt ein nächstes Mal Sonst kriegst du den Schlüssel nicht Ja, komm Spring da drüber Haben wir wieder Berserker verhalten? Nö Dann bleiben wir bei der Pistole Und laufen jetzt zu unserem Schiff Wie viel Geld haben wir? 2600 Können wir gerade mal gucken Ob wir vielleicht eine neue Waffe finden Oder sowas Ich glaube nicht für das Geld Ist doch relativ Oh, da oben ist ein Fragment Holen wir uns das mal Wenn wir gerade mal hier in der Nähe sind Können wir uns das mitnehmen Das muss doch hier irgendwo sein Da hinten Dann muss ich hier von dem Haus runter springen Glaube ich Und dann durch das Fragment da Durch springen So Ah, seht ihr? Wunderbar Haben wir das Hier ist ein Waffenhändler Dann schauen wir da mal kurz rein Noch in der Folge So, was bietet es uns denn an? Ich werde das jetzt Die haben wir ja schon Die Spanischen Pistolen Munition Monturen Monturen Was hat er denn da? Edwards Kenways Kutte Die haben wir ja schon Händlerkutte Montur Äh, Piratenkapitän Montur Die kostet 8000 Oje Mit blutrotem Mantel Cool Kunstgegenstände Ja gut Die brauchen wir nicht Frucht verkaufen Verkaufen wir doch mal hier Rum Bestätigen Yo Zucker Yo Stoff Yo Alles fort Metall 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 Gebrauchen Holz Auch So jetzt haben wir 8000 Jagdbeute kaufen Was ist das denn? Vermisst Munition Berserker Pfeile Gut wir füllen Machen wir das mal voll So Schlafpfeile füllen Und Rauchbomben füllen Dass der auch diese Pfeile hat Ne? Ist ein bisschen Merkwürdig Pistolen Pistolen Sets Was haben wir denn da? Was ist das denn schönes? Schaden Täuben Uh, der macht richtig gut Damage Was haben wir denn hier? Kombo Natürlicher Duellschwert Ja, britisches Ding Das ist doch gut, oder? Freibeuter Intermesser Haben wir da unten noch welche? Ja Britisches Intermesser Offiziers Rapier Oh Ich weiß nicht Vielleicht hier mit einem Schaden mehr Machen wir das mal, oder? Ich weiß nicht Ne, wir holen uns die Montur, oder? Ja Wir holen uns die Montur hier Die Piratenkapitän-Montur Ich finde die cool Die schwarze Hat er die jetzt direkt an? Ich glaube nicht Oder? Doch Hat er Geil Die ist voll cool Die schwarze Montur Dann gehen wir mal schauen Ähm Da hinten Wir mitten zu unserem Schiff Da hinten kann ich kämpfen Oh Nein, lass das Ich kann nicht kämpfen Ach, bestechen Ah Ah Jetzt Jetzt Achso Ja, stimmt Ist ja das Zeichen dafür Okay, cool Ah Warte Fahren wir zu unserem Schiff Zurück zum Schiff Das sind auch bestimmt Unsere Mission, oder? Ja Ja Fahren wir kurz mal Auf die große See Ja, bitte in See stechen Sieht schon sehr geil aus Die Montur Achttausend war Achttausend war ein bisschen happig Aber Die Montur sieht trotzdem geil aus So, was haben wir denn jetzt hier? Wo müssen wir denn hin? Ah Zoomen wir mal kurz raus Wo müssen wir denn hin? Hier hinten irgendwo Ah, da hinten Ah Ist das ein Nass, aber? Was ist das? Schnellreise Ja Reisen wir an den Ort Wollen wir gerade mal da In der Nähe sind So Steuer verlassen Ja, komm Kannst eigentlich wieder an die Steuer gehen Ja Ich würde sagen Ich beende hier den Part Und wir sehen uns im nächsten Part Wieder von Assassin's Creed 4 Black Flag Bis dahin Macht's gut Ciao Ciao